Guten Tag, ich zeige euch die neue Fjord Fleece Pant. Die Unterziehhose ist ein Kleidungsstück, auf das ich schon lange gewartet habe. Sie ist gemacht aus Polartec Fleece, sehr dicht, so dass es auch nicht zusammengedrückt wird, wenn sie in der Wathose im Wasser stehen. Sie hat eine Tasche auf jeder Seite, den Reissverschluss vorne in der Mitte und eine Kordel, bei der sie die Grösse schön einstellen können. Die Hose ist so geschnitten, dass sie perfekt in die Wathose hineinpasst und es gibt auch keine Falten oder schmerzt sie nicht, wenn sie die Watschuhe binden und in den Wathosen drin sind. Ganz sicher werde ich nächsten Winter sofort dieses Kleidungsstück brauchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020